Die Wahrheit nervt. Sie ist so verbindlich. Die Lüge dagegen ist wundervoll. Sie erfüllt unsere Sehnsüchte. Es ist die Geschichte seines Lebens. Manfred Dörner, genannt Story, ist Boulevardreporter bei Deutschlands größter Tageszeitung und einem Skandal auf der Spur. Bizarrer als alles, was bisher veröffentlicht wurde. Es ist der Fehler seines Lebens. Fernsehmoderator John Bob Corner hat die berühmte Talkshow am Sonntagabend übernommen. Sein Privatleben steht auf einmal im Fokus der Öffentlichkeit. Es ist die Chance ihres Lebens. Franziska Steyl hat die Mehrheit an der Steyl Media AG geerbt und ist über Nacht eine mächtige Verlegerin geworden. Ihr Fernsehauftritt soll das Land erschüttern. Drei Menschen auf der Suche nach sich selbst und einem Sextape. Wir werden hier jetzt so weit. Alles auf Anfang. Aftershow Party. Der neue Roman von Jens Westerbeck. Ab sofort im Handel erhältlich. Los Grossos ? .... Ski Ski Ski